BANG IT TO THE CLOUD HIT THE TURN, FLIP THE BIRD, BUST THE BITCH, MAKE THEM SWORD BANG BANG INTO THE CURB OH OH WORD WE ABSURD GOT THE FIRE WE CAN BURN Moin Leute was geht und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Blacklight Desivation mit der Showbox in Usagen Cola Moin und wir zocken ähm Domination of Decay Habe direkt den ersten Punkt hier geholt So der hat hier irgendwie einen Plan So ihr seht es bei meiner Waffe Hier Alles klar wie viel sind hier Ich habe so ein Androscope bisschen drauf Kann man bei dem auch gleich weiter gucken Ähm ihr seht da diese 7 Heißt 7 Schuss noch im Magazin Ähm das sind halt paar Nicht neue Scopes sondern die gibt es halt auch schon von Anfang an Aber seit wie diese Also nicht von ganz Anfang an Ne ne seit diesem Äh neue Blacklight Patch hier Keine Ahnung wie man das nennt Ähm ich hab grad ne AWP ausgerüstet Auch nicht schlecht Nice Junge Geschäßlich kill mich mal Gott kein Ding Ach so ich soll dich killen Na ja oh ne Probleme Na AWP of Decay Aha Gut ich kann das gleich mal hier noch weiter zeigen Ja Ist halt letztendlich so Kein neues Scope von sich aus Sondern einfach mit diesem Rahmen und diesem Counter halt da dran Ja genau Ja Von hinten heraus ist es nicht wirklich neu Nur das es dieser Amour Counter ist Und äh ja JoBox hat ja übrigens grad das andere Das ist das viermal Scope Genau Es gibt halt zwei mit diesem Counter Das ist halt ruhig dick Ja das ist eben riesig Aber gut Ähm So Punkte sehen grad ganz gut aus Ja ich check mal gleich mal hier nen Punkt Ja ich auch Ist nur wie du ein Gegnerteam Normal Nein ich bin zuordnen Wie es auch sein sollte Ja Es ist zu spät um die Zahlen hier zuzuordnen Es ist eindeutig zu spät Der holt sich mal bitte nicht A Danke So So haben wir A, C und A Aha Dann müsste ich mal mit dem geilen Scope durchgreifen Ja Denkste dir so Ja ja Dich juckt halt der Punkt überhaupt nicht Ach ne hä Ja Du hättest doch B nehmen können Was macht denn der Der bleibt halt stehen läuft zurück und messert weiter Kann man auch mal machen Alter Kommst du halt einfach mal so hoch Ich wollt dich messern Lol Naja Wurfmesser Naja Du hast weniger als 200 HP Perfekte Kombo Ich hab nicht weniger als 200 Doch ich hab weniger als 200 Fuck Brauch ich weniger als 200 Leben Nie weniger als 200 Leben Na klar So die Punkte jucken dich wenig Du helf warum ist B schon wieder eingenommen hier Wer ist das hier hinter mir Oh ney So wir haben Ah hol dich mal wieder A Okay Gut Ich kann das ja nochmal Ich weiß halt nicht ob jetzt Ob das andere Scope auf der Map jetzt hier so nutzvoll ist Nutz Was ist nutzvoll Ja schon das andere Scope auf meiner AK ist jetzt nicht Nützlich Gehen Sofurt Du nutzt es gar nicht oder Na Naja Ne Wirklich jetzt nicht Weil das Phyroscope auf die K Haha Ne so geil Ne so leger Warum hol ich dir den Punkt nicht da frage ich mich ernsthaft Was denn für ein Punkt wir haben doch hier B Ja Damit gewinnt er jetzt oder wie B ist jetzt der heilige Punkt Und jetzt auch mal Bein in die Hand nehmen Er ist halt in wenigen Sekunden über die Map wenn er mich sieht Ja Ich bin wie Ferrari Nein 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 Hauptsache dein Maid checkt nicht dass er ihm vorbeirende Ich habe halt nur zu dir Mein Ziel war Diese Scheiße immer Diese Scheiße Junge Diese Scheiße So alle Punkten Genau wie Planet Zettmann Keiner checkt Ein Spiel Ein Spiel Ein Spieler weniger Als du Ein Spiel weniger Mein Aim Hallo Hier sind aber auch immer zwei Leute die auf mich schießen Prinzipiell hier an dieser Worte Oh die Die kommt schön Die kommt schön Alles klar Hat halt niemanden Die Cocktail Mama Ich bin Ja cool So wer holt denn sich da gerade an Aber da haben sowieso Immer nur Hüftfeuer aus den Präzisen Waffen gegeben Dein Maid juckt das gar nicht alter Doch der hat auf dich geschossen Ja Mich killen Da muss ich jetzt auch mal ein Dood nehmen Ach nein Keine Muni mehr Gut ich Soweit ich sterbe Leute zeige ich euch die Zeige ich euch die andere Ich nehme jetzt mal hier Zack Nehm ich mal das andere Scope Loadout dann Ja Stopp doch jetzt Ich bin halt so oft Out of Mauspad Das ist nicht mehr lustig Ich find's so Ne echt Ist echt so Ne du hast aber auch nur Ein Quadratzentimeter Mauspad Ja ist halt echt Ist echt so Ich weiß nicht was das dann soll Ja dann schenk mir mal ein neues Ach so Ja will ich jetzt haben zu Weihnachten Jo Hm gar kein Ding So ah ja genau jetzt hab ich halt die Waffe Und übel riesig das Scope Das ist extrem groß Und das Scope sieht so aus Man sieht halt die Schüsse auch in drin Schussanzahl Counter Ja Und jetzt geht's weiter So Man kann so wie Das Scope kann man natürlich auch auf Secondary Raffen drauf machen Also nicht so Äh Ja also wie quasi jedes Der war schön Wichse alter Wie jedes Scope quasi Ach man Das ist doch Ja Bisschen glitchy da Mein Hedger war grad schön fand ich Mein Hedger war grad schön Der war Aber Neue Teile geben Hoffnung auf mehr neue Teile Will ich mal nur so sagen Genau es ist jetzt nicht unbedingt das was man sich jetzt so denkt Muss ich mir kaufen Bringt mir richtig viel im Kampf Weil es halt letztendlich halt kein neues Scope ist wie schon gesagt Ja es ist mehr so ne Vorfreude auf vielleicht noch mehr Sachen Denk ich mal Alter das ist so lächerlich Oh endlich Wie viel Inkompetenz kann man zeigen Ich weiß nicht Der schießt mich von hinten an Ich kann es auch nicht an Und killt mich nicht Oh Gott Da hab ich mich nicht mehr bewegt Und B wird wieder geholt Ja Also 700 zu 100 Äh 160 Ja Geht schon Ich weiß aber auch gar nicht wo dein Problem ist du stirbst Das ist nicht wahrhaftig Hallo Bitte Was bitte Jume das Tomahawk war genau in deiner Phrase Was macht der hinter dir bitte Warum kauft man sich einen Flammenwerfer Na das sind die Hec freu dich doch mal dass hier neue Spieler kommen Die testen das halt aus und alles Ja Genau Um zwei erstmal neue Spiele aus testen Ja Ich bin erster Wird jetzt extrem viele neue Spiele drin gewesen 413 Hohoho Gibt halt kein Bock mehr Aber gut Leute ich würde sagen wir sehen uns gleich in der zweiten Runde wissen So Leute seht ihr wieder in der zweite Runde auf Helodeck Auf geht's Auf geht's In der Lieblingsmap die muss es sein werden Ja In der Map die wir irgendwie 80% unserer Spielzeit gespielt haben Ja Das würde jetzt stehen bei Statistiken äh hier favorite maps und sowas Genau Wenn's die gäbe Ja wenn's die Statistik gäbe Nein was 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 war das Blinkt da erstmal irgendwas Nein Ihr müsst wissen Dieser Armkommelide Neift sich durch die ganze Map durch Der neift alles was nicht bei 3 aufgebaut ist Der geht mir dezent aufm Sack Genauso wie der Zaman Na ihr wisst schon wen auf jeden Fall Was Der nur Feuermony besitzt ja Nein nicht von hinten Och Cola du kleine Bitch Also du schluckst aber auch wie die letzte Nute Mensch Nicht mehr und nicht weniger Nein Ey Ey Das funktioniert auch nicht mehr Tasmanianu Was Ja Genau den Typen meine ich Genau den Typen Ich müsste mir auch mal Halt mal die Fresse Ich müsste mir mal wieder mein Heelket rein tun Weil ich hab noch die Barrikade drauf Aha Boah Stimmt Barrikade vom vorletzten Video Vom letzten Ah vom letzten Stimmt ja Oho Arm Air Und Barrikade Ja Schöner No Scope Hey die Oh sowas Oh sowas ist schön No Scope Mit einem neuen Visier Ja Ich hab halt eh Fast nur No Scope In meinem Leben Ja Mein Leben besteht eigentlich nur aus No Scope Ja Junge Die hat den Aim gefressen Das regt mich so auf Präzision Braucht man fast gar keinen Scope Hallo Showbuchs Jo Hallo zurück an der Stelle Haha Nein Warum war das Kind der Stelle? Bitte warum? Wenn er eine andere gibt Plus 1 Herr sagt doch hi oder so Das behindert Ja, scheiße Hauptsache Hauptsache Ich schreib Hey hey Oh nee Hauptsache ich kill dich dann dabei Muss sein Ja Ein teammate man Das ist aber auch schon eine verspätete Stund Nein Warum muss man mit Feuer spielen? Wie Man Wie klein kann Da liegt doch die Nate Na Gott nein Es glied sein, dass man mit Feuer spielen muss Ich versteh's nicht Tja Ja So jetzt hier Nein Ich aim erst mal mein Leben Oh ich auch Nein Nein Ich bin an der Dexterin geblieben Ich bin halt so extrem glatt an der Wand lang Und bleibt dann an so einem Pixel dahin Das ist so extrem glatt Ich sag mal so Das Scope ist nicht schlecht Ja Neuer Rahmen allerdings Jetzt nicht so wirklich Kaufentscheidung Für den Anfänger Sag ich mal Generell beim Scope Also Ob sie jetzt Das versuchen Und dann den Rest Ist eigentlich egal Ist halt noch wichtig Ob man manchmal so Mit dem Rahmen oder Weißt du was richtig okay wär? Ein HRV Scope Oh shit Ab Level 80 und für 80.000 GP Und tschüss Level 1 sind da noch Cent für 80.000 Cent Sorry Haha Du kannst aber schon mal drei Jahre vorzahlen Ja ja Kannst du dein Bankkonto angehen Mit Kreditaufnahme ja 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 Also kann die Zukunft aussehen Weil ich denke mal nicht Dass die letzten Teile sind Die hier hinzugefügt wurden Ne Ne Es geht weiter Oh ja Kola Mach dir den seriösen ersten Bist du Was wo ich bin Du warst grad noch hier Jetzt bist du weg Ich bin immer nur dich und scherzen Ja ich sterbe nur Was was wirst du von mir Äh ein Kill Also Für mich Der Nächte ist ja echt durch die ganze Runde Der Nächte ist ja echt durch die ganze Runde Feuerarmor brauche ich mich mehr drüber aufregen oder? Diese Währung sonst was oder was? Ach was schon vorbei 14 7 2 Rd perfekt Halb 2 ist mittlerweile gar kein Ding Wenns euch keine Leute lasst ne Positiv werden da Und da bis zum nächsten Mal Ciao 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 Leute hör rein Lass uns slacken Blanched plutôt Melanched Lass uns piers Elektronik velocity Miz Dad David Wahrheit horses Engine chatter David Wann